Nia, kann ich bitte mit dir mitduschen? Du hörst eh wegen dem Klima. Bitte? Abdrehen, du hörst mich nicht. Was ist? Kann ich bitte mit dir mitduschen? Heißt eh wegen dem Klima. Geh, 13. Nia, das wäre mein 42. Klimatag. Dann sind es noch 832.460 Taten bis zum Weltklimagipfel in Kopenhagen. Du gehst mal am Arsch mit deinem Klima, wirklich. Herr Zuckerberg, es reicht. Ich mache wirklich alles mit. Ich mache alles mit. Wir fliegen nicht mehr mit dem Flugzeug. Nein. Ich darf nicht mehr im Hotelzimmer die Klimaanlage auftreten. Kein Wükser, keinen Thunfisch essen, damit die armen Delfine nicht sterben. Ja, es hat nur noch 15 Grad in der Wohnung. So, wir duschen jetzt gemeinsam. Ich mache das sofort wieder zu. Ich glaube, das ist schlecht für unser Klima. Entweder zu zweit duschen oder gar nicht. Dann gar nicht. Gut. Gehen wir. Steh gehören. Was ist jetzt? Gernot? Alleine duschen ist nicht. Ich habe dir den Boiler abgedreht. So, jetzt reicht es. Jetzt betoniere ich das letzte Stück Regenwald persönlich zu. Beeple... 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 Vielen Dank.